Thema dieses Films sind die weiterführenden Grundlagen des Bodenturnens. Das Rad, die Radwende und der Handstandüberschlag. Das Rad ist nicht nur ein Turnelement, sondern auch ein beliebtes Kindervergnügen. In Deutschland rühmt sich besonders die Stadt Düsseldorf, dass die Kinder auf ihren Straßen seit hunderten von Jahren Räder schlagen. Die Ratschläger sind sogar ein Wahrzeichen der Stadt. Ihre Spuren lassen sich überall im Stadtbild finden. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Fall im Flugzeug Die Inhalte des Wollinen